Ein Samenkorn lag auf dem Rücken, die Amsel wollte es zerpicken. Aus Mitleid hat sie es verschont und wurde dafür reich belohnt. Das Korn, das auf der Erde lag, das wuchs und wuchs von Tag zu Tag. Jetzt ist es schon ein hoher Baum und trägt ein Nest aus weichem Pflaumen. Die Amsel hat das Nest erbaut, dort sitzt sie nun und zwitschert laut. Untertitelung des ZDF, 2020